Musik 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 Wie ist es so mit Moose und Keyboard? Ich spiele auf dem Controller. Ich finde es voll leise. Das einzige was ich komisch ist Leertasten. Bei mir hat es ein Game gecrashed. Oh nein. Du stehst jetzt hier umeinander. Hast du es sicher noch reinkommen? Schau den Ball. Schau den Ball. Schau den Ball. Nein nein nein. Nicht ganz. Schau den Ball an. Nein. Schau den Ball an. Nein. Er war im Pfosten. Nein. Kannst du nicht mehr rein? Ja. Ja. Den können wir einfach aufgeben. Jetzt sind wir noch ein. Oh der kommt nicht. Der kommt mich rüber. Easy. Haha. Ich habe nur ein bisschen gerade aufgeben. Ich kann kurz heiss. Oh schau mal ey. Vor allem der ist echt schwer. Um den DFT zu können. Sehst du es? Ich bin gut dran. Ich bin gut dran. Sie stehen da auch rein. Was für eine Explosion ey. Geht er rein? Nein. Ich muss zuerst mal wieder zurückkommen. Gib Bass. Nein. Nein. Alles klar. Alles klar. Wir haben andere probiert mit unserem Gold zu stoßen. Nein. 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 Ah. Der Bot macht fast das Goal, Mann. Das Bots sind noch relativ gut. Oh. Ich komm noch reinkau. Nein. Jetzt muss ich gerade. Ja. So. Oh, er ist an mir vorbei. Der kommt rüber. Oh. Nice. Bot! Oh. Schi. Nice. Good Job. Er hat einen achten Bot gemacht, ja. Ja. Das war eh nicht so. Geh voll drauf. Ja. Ja, shit. Geh zurück, geh zurück. Ja, das Ding macht das allein. Hast du ihn von dir gemacht? Ja, ich weiss. Meinst du, ich wollte ihn passeln? Er macht nicht so schlechte Vorgaben irgendwie. Nein, drüber, das geht's doch nicht. Das muss ich letztes Timing ein bisschen checken. Nein. Also wenn wir noch ein Goal machen, kann man ja auch tun. Mhm. Oh, zwei Minuten. Oh! Nein, schade. Nein, wieso habe ich ihn nicht verwischt? Komm, Stinger. Das war die Vorlage. Ja, schade. Ja, shit. Oh, ich habe ihn verpasst. Ja, der ist ein bisschen umgeschickt. Ja, Bubi. Ja. Nein, er geht rein. Uh. Uh. Nice. Good job. Good job. Juhu. Oh, Manni. Nein, er kommt drüber. Er kommt drüber. Shit. Was machst du denn für ein Jump, Mann? Ja. Oh, okay. Also, zweimal drüber. Ja. Schön. Schön Stinger. Schau jetzt, schau jetzt das Goal. Schau jetzt das Goal, schau jetzt das Goal. Schau jetzt. Uh. Nice. Das war eine gute Vorlage. Einer von uns hat das sowieso gemacht. Da sind beide drauf. Ah ja, stimmt. Ja, wobei ich hätte neben dich gekommen können. Ja, ich habe gewartet. Also, ich komme jetzt auch für eine Dreno. Oh, fuck. Oh. Verpasst. Ja, schau jetzt. Ich bin jetzt zwei und drei. Wtf. Alle score, alle score. Alle score, alle score. Nein, ich habe ihn verpasst. Weger. Ja. Ich habe ihn verpasst. Ja. Oh nein, ich habe ihn verpasst. Alles easy. Wir sind so schlecht, Mann. Wir sind wirklich schlecht. Nein. Ja, fick dich doch. Nein, er hat ihn von mir erwischt. Oh. Und Gold. Und durchgelassen. Nice. Der war ein Stinger, ey. Der geht voll da sein. 4-0. Ah, der war ein Gold. Ja, hey. Gut, Verteilung. Ich kann... ...Middle-Lane. Aha, okay, okay. Ja, aber gut, er wird eh schneller. Der Stinger hat mich noch geblockt. In 7 Sekunden. Doppelt klicken, also pumpen an. Du siehst, wie es ist. Du bist doch viel schneller. Was? In dieser Situation doppelt drücken, pumpen. Also Sprint, oder was? Dann blickst du dich noch mal nach vorne. Aha, also ja stimmt, das habe ich zu sparen gemacht. Der Stinger ist noch MVP geworden. Wir sind ready. Ja. Ja, gerade noch 1.30 da. Paladin habe ich jetzt noch. Die sieht noch nice aus. Vor allem mit Paladin. Wobei beim Venom habe ich... Farbe? Nein, mit welchem ist das gewesen? Ich will ja voll bleiben mit dem. Ah ja. Nice! Ich sehe das wie so... ...ein so spitziger Auto, ...was ich früher an wie konnte. Die Hot Wheels. Ja, ich kann jetzt nur mit... Jetzt habe ich so viele jetzt. Blau-Purple und Lime-Green. Mit Flitz. Sieht echt geil aus. Okay.